Willkommen zum nächsten Video Überblick über die Körperschaftsteuer. Speziell hier für die Wirtschaftsfachwirtprüfung, speziell für die wirtschaftsbezogenen Qualifikationen, speziell für Rechte und Steuern, speziell für Steuern, speziell für Körperschaftsteuer. Mein Gott, also Körperschaftsteuer, da haben wir die Steuerpflicht. Wer wird hier also besteuert? Die Antwort ist eine Körperschaft mit Sitz oder mit Sitz oder Ort der Geschäftsleitung im Inland. Das heißt, das eine oder das andere oder beide. Entweder nur der Sitz im Inland und die Geschäftsleitung hat ihren Ort im Ausland oder der Sitz im Ausland und die Geschäftsleitung hat ihren Sitz im Inland, hat ihren Ort im Inland. Oder es ist beides hier der Fall, was meistens in der Prüfung so sein dürfte, dass beides der Fall ist. So, und dann unterliegt diese Körperschaft, diese juristische Person, der Körperschaftsteuer. So, genau. Das ist zum einen zu sagen zur Steuerpflicht. Dann gibt es hier die nächste Sache, das nächste Thema, die Berechnung. Die Berechnung der Körperschaftsteuer, nämlich Jahresüberschuss nach Handelsrecht. Damit geht es los. Jahresüberschuss nach Handelsrecht. Plus, minus innerbilanzielle Korrekturen. Plus, minus innerbilanzielle Korrekturen. Um dann zum Jahresüberschuss nach Steuerrecht zu gelangen. Die innerbilanziellen Korrekturen sind innerhalb der Bilanzenwelt. Von der einen Bilanz zur anderen Bilanz. Von der HB zur SteuBi. Von der Handelsbilanz zur Steuerbilanz. Also, sind die innerbilanziellen Korrekturen. Diese innerbilanziellen Korrekturen sind aus dem Einkommensteuerrecht, nicht aber aus dem Körperschaftsteuertrecht. Hingegen die außerbilanziellen Korrekturen, die außerbilanziellen Korrekturen führen dann zum zu versteuernden Einkommen. Und die außerbilanziellen Korrekturen, wie beispielsweise verdeckte Gewinnausschüttung, wie verdeckte Einlage, wie die Nichtabzugsfähigkeit von Bewirtungsaufwendungen, jedenfalls nicht komplette Abzugsfähigkeit, wie die Sache mit Geschenkaufwendungen etc. Das sind hier außerbilanzielle Korrekturen. Die finden außerhalb der Bilanzenwelt statt, nämlich außerhalb sogar der Steuerbilanz. Um dann vom Jahresüberschuss nach Steuerrecht zum zu versteuernden Einkommen zu gelangen. So, und dann multiplizieren wir das Ganze mit dem Körperschaftsteuersatz, derzeit 15%, und kommen dann zur Körperschaftsteuer und mit der Annexsteuer des Solidaritätszuschlags dann zum Solidaritätszuschlag selbst. So sieht es aus. Viel Spaß beim Lernen.